Meine Damen, meine Herren, hallo YouTube, der Onkel ist wieder da. Einen wunderschönen guten Tag. In Valheim gibt es jede Menge Sachen, die uns mittlerweile richtig auf die Nerven gehen, weil sie einfach zeitaufwendig sind und man die vielleicht vereinfachen könnte. Deshalb stelle ich euch heute ein paar Mods vor, die euch das Leben in Valheim vereinfachen. Ich gehe mir jetzt gerade einen Kaffee holen, ihr guckt euch das Intro an und dann geht's los. Bis gleich. Ciao. Hallo YouTube, mein Name ist Daniel und hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um die Zusammenfassung meiner Twitch-Livestreams und es gibt Tipps und Tricks rund um Spiele, die ich gerne spiele. Es ist immer noch das Spiel Valheim und heute geht's weiter mit der Serie mit den Mods. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen schon mal vorgestellt, was es so an Essence- und Anpflanze-Mods gibt, die euch da das Leben ein bisschen leichter machen. Heute mache ich euch das Leben noch leichter. Rund ums Spiel, das ist gar nicht so spezifisch in eine Kategorie zu fassen. Es gibt Sachen, die mit Zeit zu tun haben. Es gibt Sachen, die mit der UI zu tun haben. Es gibt Sachen, die mit, ja keine Ahnung, mit dem Abbauen von Ärzten zu tun hat und und und. Ich mache wieder unten Timestamps in der Liste. Wenn ihr die ein oder andere Mod schon in- und auswendig kennt, dann könnt ihr einfach zum passenden Timestamp springen und euch die Mods raussuchen, die ihr noch nicht kennt oder die euch interessieren. Und wenn euch das Video gefällt, dann abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst mir gerne ein Like auf dem Video hier da. Würde mich sehr freuen. Besucht meine Twitch-Livestreams und jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Jetzt geht's ab ins Video. Viel Spaß. Die erste Mod, die ich euch hier vorstellen will, ist WebSwitch. Was macht WebSwitch? Ich fand es immer ziemlich schwierig am Anfang, wenn du ziemlich viele Mods installiert hast, die dann wieder abzuwählen. Oder du kommst auf die Idee, mit Freunden zu spielen, die aber gar keine Mods benutzen. Dann müsstest du den ganzen Kram wieder in einen anderen Ordner packen oder wieder deinstallieren und und völlig umständlich. So, dafür gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Wir schalten es per 1 oder 2 an oder aus. Hä? Wie geht das? Also, WebSwitch zu installieren ist ein Kinderspiel. Ihr geht auf die Seite von Nexus Mods. Ihr müsst das manuell runterladen. Nicht über Vortex diesmal, sondern manuell. Hier oben rechts wird euch auch der entsprechende Button angezeigt. Manuell. Und ihr ladet die Datei runter und packt die in euren Wahlheim-Ordner. Also unter Festplatte, die ihr habt. C, D, E, was weiß ich, keine Ahnung. Steam, Steam Apps, Common, Wahlheim. Da sind eure Sachen drin. Und ihr braucht diese Datei. Die habt ihr runtergeladen. WebSwitch.bat Und packt die einfach, zieht die rüber in euren Wahlheim-Ordner. Verjahmt. Das war's schon. Ihr müsst nur, wenn ihr WebSwitch benutzt, in diesem Ordner sein, weil ihr diese Datei anklicken müsst. Ihr klickt die einfach doppelt an, bevor ihr das Spiel startet. Und dann wird hier gefragt, wie willst du Wahlheim spielen? Oder wie willst du spielen? A, oder 1, Vanilla. 2, Modded. Vanilla bedeutet ohne irgendwelche Mods, so wie das Spiel rausgebracht worden ist. Oder 2, Modded, also mit Mods, beziehungsweise mit Bebinex. Dann wird nämlich Bebinex erst aktiviert. Und du gibst hier die Nummer ein, entweder 1 oder 2, drückst Enter, Feierabend. Startest dein Spiel und spielst entweder, wie du es jetzt wolltest, mit Mods oder ohne Mods. Das ist alles. Die nächste Mod, die ich vorstellen möchte, und das ist in keiner besonderen Reihenfolge hier, das ist jetzt einfach so, wie ich es mir hier auf dem PC aufgerufen habe, ist Equipment and Quick Slots. Es gibt schon Version 2.0. Auch unten verlinkt. Was macht diese Mod? Und sie fügt euch neue Slots hinzu, zu eurem Inventar. Und muss ich gerade mal die Szene wechseln, dann seht ihr das auch. Ich brauche es euch jetzt gar nicht großartig im Spiel zu zeigen, weil das ergibt sich eigentlich aus den Bildern. Ihr habt ja normalerweise hier diese Ansicht. Und hier auf der rechten Seite bekommt ihr jetzt noch mehr Slots dazu. Einmal Z. Die sind dann so gelegt auf Z, X und C. Da kann man Dränke hinlegen, kann man auch alles andere hinlegen. Ist völlig egal. Wenn hier alles voll ist, sucht sich im Pack-Mass System die nächsten Gegenstände automatisch hier rein. Die könnt ihr aber auch selbst belegen. Und hier oben, und das ist halt richtig cool, sind die Rüstungen. Also einmal hier wäre der Helm, hier ist der Brustpanzer, hier sind die Hosen, hier ist der Überwurf über die Schulter und hier ist der Gürtel oder was ihr da auch immer reinpacken wollt. Ich finde das sehr nützlich, weil wir dann dadurch mehr Platz hier im Inventar haben. Und wenn wir diese Sachen hier schon drin hätten, die vier, dann hätten wir hier schon vier Slots voll. Die fehlen uns vielleicht nachher. Von daher ist das hier ganz cool. Ein kleiner, feiner Tweak. Meine Empfehlung Nummer zwei. Equipment und Quickslots. Als nächstes haben wir Craft, Build, Smelt, Cook, Fuel, Pull from Containers. Was? Ja, so heißt die. Craft, Build, Smelt, Cook, Fuel, Pull from Containers. Eigentlich heißt sie nur Craft from Containers. Das würde die ganze Sache einfacher machen, aber jo. Super wichtig, super cool die Mod. Und zwar, wenn euer Inventar leer ist und ihr diverse Sachen in eure Kisten eingelagert haben und stehen diese Kisten in der Nähe von einer Werkbank, einer Schmiede oder einem Schmelzofen, könnt ihr direkt an der betreffenden Stelle, also nehmen wir mal die Werkbank, ihr könnt dann an der Werkbank Sachen herstellen, ohne dass ihr die Sachen selbst im Inventar habt, weil die in den Kisten liegen. Die Sachen werden dann automatisch aus den Kisten genommen. Finde ich total cool. Ist zum Beispiel, ja, ihr stellt irgendeine Waffe her, keine Ahnung. Und habt die Sachen in der Kiste, stellt die Waffe einfach her, also die Materialien werden aus der Kiste genommen, ihr habt die Waffe in eurem Inventar, Bombe. Also wirkliche Empfehlung, Craft from Containers, wenn ihr euch den Namen nicht merken könnt, ist auch unten verlinkt. Viel Spaß damit. Better UI ist das nächste. Für die, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, Better UI heißt nichts anderes als User Interface. Also eure Oberfläche wird dadurch ein bisschen aufgehübscht. Ihr seht es hier schon am ersten Bild. So sieht es im Original aus, wenn eure Waffen so langsam kaputt gehen oder so. Hier bekommt ihr das im Grunde genommen farblich angezeigt. Grün bedeutet, hey, alles super. Rot bedeutet, so langsam solltest du mal reparieren gehen. Auch hier, wie hoch habt ihr schon gecraftet? Welches Level? Kriegt ihr hier nicht als Zahl angezeigt, sondern als Sterne. Ist ein ganz nettes Feature. Was gibt es noch? Ja, wie lange braucht der Fermenter noch, bis eure Tränke fertig sind? Ja, der zählt eine Zeit runter. Das finde ich eine ziemlich coole Sache. Wenn ihr mit einem Wagen rumfahrt, zeigt er euch hier an. Wenn ihr einfach mit der Maus drüber fahrt, wie voll der Wagen schon ist. Also hier in dem Fall 3 von 18 Stacks sind voll. Cooking Station. Wie lange dauert es noch, bis mein Fleisch gar ist? Ich bin ja so ein Typ, der lässt sein Fleisch gerne mal verbrennen und hat halt dann mehr Kohle über, als er braucht, weil das ganze Zeug verbrannt ist. Dann haben wir die Buchen-Sämlinge. Wenn ihr die gepflanzt habt. Sorry, da fuhr ein Trecker oder irgendwas vorbei. Die Sämlinge, die ihr gepflanzt habt. Wie lange brauchen die noch, bis daraus ein Baum wird? Auch sehr cool. Dann haben wir hier noch die Tooltips zu den Rüstungen, zu Waffen, zu Gegnern. Sehr cool. Und Lebensanzeige von Gegnern. Also hier ist es zum Beispiel Eiktür. Wenn ihr zur Eiktür kommt, der hat 500 Lebenspunkte. Und hier werden die Schadenspunkte angezeigt. Dann habt ihr das nicht nur anhand des Balkens, sondern habt auch eine Zahl. Für alle, die Zahlen mögen. Dasselbe gibt es auch noch bei allen anderen Feinden. Und die Charakterlevel, die werden hier auch nochmal angezeigt mit Zahlen und, und, und. Wie lange brauchst du noch bis zum nächsten Level, bis du wieder Level ab hast. Und am Anfang des Spiels hast du hier unten deine Kills, wie viele du schon hattest. Mit diesem Charakter, wie viele Tode du gestorben bist, wie viele Sachen du gecraftet hast und wie viele Sachen du gebaut hast. Ist ein ganz nettes Feature. Wer das gebrauchen kann, wird der UI unten in der Beschreibung verlinkt. Unrestricted Portals. Damit habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden, was ihr durch ein Portal mitnehmen könnt. Ja, normale Sachen, Holz, Steine, könnt ihr ja eh alles mitnehmen. Aber ihr könnt ja keine Metalle mitnehmen. Ihr könnt keine Wölfe mitnehmen, zum Beispiel durch ein Portal. Das geht auch nicht. Vom eigentlichen Spiel her. Hiermit könnt ihr selber entscheiden, ob ihr solche Sachen auch mit durch ein Portal nehmen könnt. Metalle zum Beispiel, Eisen, Silber, Kupfer, Zinn, Bronze, alles was Metalle angeht. Ihr könnt aber auch entscheiden, dass ihr gar nichts mit durch ein Portal nehmen könnt. Dass ihr nur im Grunde genommen mit eurem Charakter durch ein Portal geht und nichts mitnehmen könnt. Das heißt, in diesem Fall könnt ihr euch das Leben entweder erleichtern im Spiel oder auch wahnsinnig erschweren. Dann müsstet ihr nämlich alles mit dem Boot transportieren. Vielleicht ist es für den einen oder anderen hilfreich. Unrestricted Portals auch unten in der Beschreibung verlinkt. Simple Recycling. Habe ich gefunden, weil ich sowas gesucht habe. War aber dann doch nicht die Mod, die ich gemeint habe. Am Anfang. Simple Recycling macht genau das, was sie sagt. Sie recycelt. Nicht zu verwechseln mit sie zerstört. Ich habe eine Mod gesucht, die Sachen, die ich nicht mehr brauche. Also Waffen vom Anfang oder Werkzeuge vom Anfang. Hier wie so eine Level 2 Steinachst. Die braucht am Ende kein Mensch mehr. Oder relativ früh brauchst du die schon nicht mehr, weil du dann vielleicht eine Feuersteinachst hergestellt hast oder irgendwas anderes. Und ich wollte was haben, was es mir ermöglicht, diese Sachen wieder zu löschen aus dem Spiel. Dass ich die nicht einfach irgendwo hinlege, mir ein Loch buddeln und sie da reinschmeiße und hoffe, dass sie irgendwann despawnen. Ja, so ein Recycling-Ding habe ich gesucht. Diese Mod macht es aber nicht. Die zerlegt die Sachen nur und zwar wieder in ihre Einzelteile. Was auch ganz geil sein kann. Wenn ihr irgendwas hergestellt habt, wo ihr viel Hirschleder braucht zum Beispiel oder diese Lederfetzen von den Wildschweinen. Dann wird das entsprechende Teil, das ihr damit hergestellt habt, wieder in seine Einzelteile zerlegt und ihr bekommt das komplett zurück. Holz, Stein, Leder, Feuerstein, das Eisen oder das Erz, das ihr dafür eingesetzt habt. Alles wird wieder zerlegt. Das ist ziemlich cool. Hier seht ihr das auch. Nehmen wir mal die Eisenachst auf Level 4. Die hat 2 Holz, 40 Eisen und 4 Lederfetzen. Und wenn ich die jetzt recycle, kriege ich die alle wieder zurück. Wood Arrows, Holzpfeile, kriegen wir das Holz wieder zurück. Silberschwert, warum auch immer ich das nochmal zerlegen sollte, wenn ich es schon habe. Aber da könnt ihr euch eure Sachen auf jeden Fall wieder zurückholen. Ist ein ganz nettes Tool, Simple Recycling, unten verlinkt. Eine weitere sehr nützliche Mod ist AutoFuel. Und ihr seht es hier schon, da ist ein Kohlemeiler und ein Brennofen oder einen Schmelzofen. Ihr müsst ja immer an den Schmelzofen drangehen, um zum einen Metalle einzufügen und Kohle einzufügen und am Kohlemeiler müsst ihr Holz einfügen. So. Das kann auf Dauer ziemlich nervig sein. Mit dieser Mod stellt ihr euch einfach entweder eine Kiste da in die Nähe dieser Sachen, füllt diese Kiste mit Holz und Metall und den Rest erledigt die Mod, weil es wird automatisch alles wieder aufgefüllt. Alternativ, wenn ihr keinen Bock habt eine Kiste zu bauen, könnt ihr die Sachen auch einfach auf den Boden droppen und die Mod holt sich die Materialien, die es benötigt, automatisch und spuckt euch am Ende euer Metall aus. Ich würde eine Kiste platzieren oder vielleicht zwei Kisten, eine Kiste für Holz, für den Kohlemeiler, eine Kiste für Kohle und Metall oder ich platziere sie meistens zwischen den zwei Sachen, also zwischen dem Schmelzofen und zwischen dem Kohlemeiler. Dann brauche ich nämlich nur eine Kiste für Holz, damit wird der Kohlemeiler befüllt und eine Kiste mit Metall oder mit Erz, damit wird zum einen der Schmelzofen gefüllt und die Kohle, die ja aus dem Kohlemeiler produziert wird, fließt ja wieder in die Kiste und geht dann automatisch auch in den Brennofen, also das ist super geil und somit könnt ihr im Grund genommen unlimitiert Metall herstellen, wenn ihr die Kisten vorher gefüllt habt. Das ist auf jeden Fall eine coole Mod. Autofuel. Wir waren eben bei Unrestricted Portals schon mal bei den Portalen und wir kommen noch mal zu den Portalen, denn es gibt noch eine tolle Mod und die nennt sich AnyPortal und AnyPortal ihr stellt ein Portal und ihr könnt dann aus einer Dropdown-Liste auswählen, wohin ihr wollt. Auf der anderen Seite steht dann auch euer Portal. Das muss natürlich auch da stehen, aber das muss nicht unbedingt einen spezifischen Namen haben. Ich komme irgendwann, je nachdem, wenn meine Welt sehr groß ist, immer wieder daran, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, wie heißen die Namen von wo ich eigentlich hin wollte. Hier kann ich das per Dropdown auswählen und krieg sogar die Distanz angezeigt, wie weit das weg ist. Das ist ziemlich cool. Yo, AnyPortal. Use Equipment in Water. Wenn ihr schon mal ins Wasser gefallen seid, ihr kennt das oder ihr steht an so einem, ihr steht im Wasser und könnt da gerade noch stehen, weil ihr vielleicht noch Erde aufschütten oder Erde abtragen wollt oder hin und her. Ihr macht einen Schritt weiter und ihr seid am schwimmen und habt nicht mehr das Werkzeug in der Hand, was ihr vorher in der Hand hattet. Nervig wie nix. So, Use Equipment in Water macht genau das, was es soll. Ihr könnt auch im Wasser Waffen und Werkzeuge in der Hand behalten, auch wenn ihr schwimmt. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn ihr irgendwie die Nase voll davon habt, dass euer Itemstack zu klein ist, könnt ihr den vergrößern. Ihr seht es hier anhand des Bildes Bigger Itemstack erlaubt es euch, mehr Zeug mit euch rumzuschleppen beziehungsweise euer Inventar zu vergrößern. In dem Fall jetzt 1000. Da sind euch keine Grenzen gesetzt, aber übertreibt es halt nicht. Bis ihr mal 1000 Federn habt, so wie auf dem Bild, dafür geht wahrscheinlich viel Zeit. Und ob das wirklich nötig ist. Ich würde es vielleicht für den Anfang einfach verdoppeln, um euch den Spaß auch nicht zu nehmen, weil sonst lauft ihr irgendwie vier Wochen durch die Welt und müsst nicht einmal euer Inventar leer machen. Fände ich langweilig, aber das ist jedem selbst überlassen. Von daher, ich habe die auch noch nie benutzt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich fand die ganz interessant und ich glaube, wenn ich es machen würde, würde ich mein Inventar einfach verdoppeln. Ja, probiert es aus. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es ist. So, da ist sie. Und vorhin habe ich euch Simple Recycling vorgestellt. Hier ist Trash Items. Das ist das, was ich eigentlich am Anfang damals gesucht hatte. Eine richtig tolle Mod. Wenn ihr irgendwas habt, wie gesagt, ihr habt noch einen Hammer übrig, weil ihr mal gestorben seid und musstet euch noch einen herstellen oder so. Oder ihr habt noch eine Steinachs auf Level 2, die eigentlich nur dumm rumliegt, in irgendeiner Kiste vergammelt. Schmeißt den Mülleimer. Ihr könnt hier alles in den Mülleimer ziehen. Ihr zieht das aus dem Inventar einfach auf dieses Mülleimer-Symbol und dann ist es weg. Ihr bekommt keine Ressourcen zurück, aber das Ding ist weg. Eine weitere Mod, die sehr interessant ist, die ich, muss ich jetzt aber auch sagen, auch noch nicht probiert habe, ist Smarter Containers. Aber anhand der Beschreibung ist eigentlich ziemlich logisch und einfach zu verstehen, was sie macht. Und zwar, wenn ihr hier, wie gesagt, wie hier auf dem Bild zu sehen ist, das ist so Wortfindungsstörungen, ganz schlimm, drei Container habt und ihr befüllt und ihr befüllt den Mittleren mit allem Schnickschnack, den ihr habt, mit Holz, mit Stein, mit Erz, mit Waffen, mit Löwenzahn, keine Ahnung, mit Essen, dann wären die ja alle in der mittleren Kiste. Ihr könnt die linke und die rechte Kiste und auch die mittlere so konfigurieren und dass ihr sagen könnt, in die rechte Kiste sollen nur Sachen, die mit Essen zu tun haben. In die linke Kiste sollen nur Sachen, die mit Waffen zu tun haben oder mit Werkzeugen zu tun haben. Und dann sortiert die mittlere Kiste automatisch die Sachen, die passend zu den anderen Kisten sind, da rein. Finde ich sehr cool. Die werde ich definitiv noch ausprobieren. Das geht mit kleinen und mit großen Kisten. Und hier ist es im Grunde genommen mal erklärt. Es gibt einen Hilfedialog, einen Hilfedialog, auf Englisch natürlich, der euch dann zeigt, im Grunde genommen, was in welcher Kiste ist und was dazu gehört. Hier steht auch drin, also ihr müsst das mit STRG und Links-Klick müsst ihr das glaube ich machen. Hier Shift plus Click to tag all items from chest as allowed to be unloaded. Also ihr könnt da auch alles direkt ausladen. Und hier CTRL plus Click to tag items as always excluded from unloading. Click to associate all items in chest as an item group. Also, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ihr könnt da eine Gruppe bilden. Vielleicht für den anderen, ein oder anderen, ganz interessant, gerade wenn ihr viele Container habt und ihr seid euch, ihr müsst da nicht jedes Mal in jede Kiste gucken, um zu wissen, was da drin ist. Ihr schmeißt einfach alles in eine Kiste, müsst natürlich den anderen Kisten sagen, was da genau reinkommen soll und dann ist es gut. Damit fallen auch die Schilder weg, die ihr machen könnt, wo wir dann immer draufschreiben. Rolf, Stein, Metall, Nixenschwänze, ihr kennt das. Die fallen weg. Wenn euch das mit den Schildern natürlich besser gefällt und ihr damit besser klarkommt, dann lasst das sein. Für alle anderen viel Spaß. Eine meiner absoluten Lieblingsmods ist Automap Pins und der Name sagt es ja schon, was die macht. Ihr lauft irgendwo lang, da stehen Pilze auf dem Boden zum Beispiel, ihr lauft durch den Wald, da stehen Pilze auf dem Boden. Ihr könnt die aufheben und klickt auf eure Map. Ihr könnt es auch stehen lassen, aber ihr klickt dann auf eure Map und die Pilze sind markiert. Sie sind auf Englisch markiert, aber sie sind markiert. Tin in dem Fall bedeutet Zinn, Copper ist Kupfer, Portal ist Portal, Dandelion ist Löwentarn, sieht immer ganz lustig aus. Allerdings muss ich euch auch sagen, so toll ich diese Mod finde, sie wird schnell unübersichtlich. Je mehr ihr rumlauft, desto mehr Pins habt ihr. Also sie macht wirklich für jedes Zinnvorkommen, für jeden Zinnstein macht ihr einen Pin. Für jedes Kupfervorkommen. macht die einen Pin. Für jeden Löwenzahn. Macht die einen Pin. Überall wo Pilze stehen, macht die einen Pin. Ihr versteht, was ich meine, ne? Aber trotzdem fast unverzichtbar. Von daher installieren. Floating Items habe ich mir installiert nur wegen einem Hirsch. Ich habe im Wasser einen Hirsch getötet. Und der war, der ist dann aber so eine Klippe im Wasser, irgendwie, keine Ahnung was, der war tot und das ganze Zeug ist auf den Boden gedroppt und lag dann da unten und ich kam auch nicht mehr dran. Und alles, was diese Mod macht, ist, egal was ihr im Wasser droppt, es schwimmt alles an der Wasseroberfläche, auch Steine. Also, ich weiß nicht, wie sinnvoll die ist, aber, ja. Kann man machen, muss man nicht, ne? So, ich finde es hier ganz sinnvoll, wenn man diese Seeschlange auf dem Meer tötet, weil die halt auch ein paar Sachen verliert oder droppt, wenn die stirbt und die sind bisher dann immer auf den Boden gesunken. Und je nachdem, wo ihr euch gerade im Meer befindet. Wenn ihr natürlich an der Küste seid, wo ihr gerade noch dran kommt, ist es cool, aber wenn ihr mitten auf dem Meer seiten habt ihr getötet, habt ihr normalerweise keine Chance, an diese Sachen ranzukommen. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Naja, die Mod lässt euch alles auf dem Wasser schwimmen. Hat allerdings auch den Nachteil, wenn ihr so eine Mod wie, ähm, wie, die Recycle Mod nicht habt oder so ein Kram und ihr eure Sachen, die ihr nicht mehr benutzt, wie ein Hammer oder einen alten Hammer, ja, einen alten Hammer oder eine Axt oder so ein Kram und schmeißt die einfach ins Wasser. Die gehen nicht einfach unter. Die bleiben dann auch an der Wasseroberfläche. Also sollte man sich das überlegen, ob man sich die installiert. Ähm, ja, Floating Items. Das Streamers, das Livestreamers Lieblingsmod. Also definitiv, es gibt, es gibt zwei Mods, die unverzichtbar sind für mich in diesem Spiel. Ähm, die eine kommt gleich noch, aber die hier, unschlagbar. Das ist die Time Mod. Und die macht nichts anderes, ähm, als dass sie es mir ermöglicht, während meiner Livestreams, wenn ich Wahlheim spiele, eine kurze Pause machen zu können, ohne dass ich aus dem Spiel raus muss. Entweder gehe ich auf den Klo oder ich gehe vor die Tür einrauchen. Ähm, also frische Luft schnappen, Entschuldigung. Ja, Escape drücken und gut ist, das Spiel hält an. Wenn ihr im Vanilla Escape drückt, dann habt ihr zwar auch da dieses Settings, Lockout, Quit, Close Menu, vielleicht auf Deutsch, aber das Spiel läuft weiter. Und ihr geht dann mal kurz pinkeln und kommt zurück und seid tot. Und wundert euch, warum. Hiermit kann ich einfach pausieren. Das, oh, das ist so einfach im Grunde genommen. So eine einfache Mod, aber die macht so viel Unterschied. Für mich persönlich zumindest. Die Mod habe ich nur aufgenommen, ich weiß nicht mehr, unter irgendeinem Video letztens jemand gefragt hat, ob es eine Mod gibt, die die Türen automatisch auf und zu macht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der Typ keine Arme hat oder keine Ahnung. Die Mod macht Türen automatisch auf und zu. Ihr lauft auf eine Tür zu, die Tür geht auf, ihr lauft von der Tür weg, die Tür geht zu. Jo. Eben hatten wir die App Fricker Items Stacks. So. Das heißt, ihr konntet im Inventar die Stackgröße, also wie viel ihr mitnehmen könnt, konntet ihr da selbst bestimmen. Hier ist es jetzt Custom Container Sizes. Das heißt, ihr könnt hier einstellen, wie groß die Menge der Sachen ist, die in euren Containern gelagert werden. Also in euren Kisten. Auch ganz cool. Weil je mehr ihr hier reinpacken könnt, desto weniger Kisten müsst ihr hier herstellen und habt dafür Platz für mehr andere Sachen in eurem Haus. Auf jeden Fall empfehlenswert diese Mod hier. Und last but not least, das ist die Mod, die Cheater Mod schlechthin, aber ich finde sie so geil. Ich brauche da eigentlich gar nicht viel zu erklären. Guckt euch das an, das Bild. Und gut ist. es ist so, die macht einfach Spaß und sie erleichtert euch die Arbeit. Ihr habt euch vielleicht auf YouTube jetzt die Folgen angeguckt von Wahlheim, eine Geschichte in Teilen. Ich glaube, es gibt ja zweieinhalb Folgen, wo ich wirklich nur Kupferamt haben bin. Also diese eine Kupferader, die ich da ausbuddel, es dauert im Stream ungefähr anderthalb Stunden, bis ich damit komplett fertig bin. Vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, ich weiß es nicht. Aber ich bin ja am Hacken wie ein Blöder. Diese Mod macht es innerhalb von mit einem Schlag. Und es ist scheißegal, welche Spitzhacke ihr habt. Ihr könnt das mit der Spitzhacke machen, die ihr herstellen könnt, nachdem ihr den ersten Boss gelegt habt. Ihr geht zu einer Kupferader oder zu einer Eisenader später oder zu einer Silberader. Haut da einmal oder zweimal drauf und habt das komplette Erz und die kompletten Steine aus dieser Ader. Super, super geil. Die Axt ist danach kaputt. Also ihr könnt die ja wieder reparieren an eurer Werkbank. Aber die Axt ist nach diesem einen Schlag oder nach diesen zwei Schlägen, wenn die Ader geplatzt ist, ist die kaputt. Ja Gott. Sehr coole Mod. Ich liebe die wirklich. Ich benutze sie sehr selten, nur wenn ich wirklich unterwegs bin und mich nicht damit befassen will, jetzt zwei Stunden an der Kupferader rum zu baggern. Erleichtert das Spiel wirklich sehr. Ja, Wein, Wein. So, und damit wären wir schon fast am Ende. Und zwar, das waren jetzt 18 Mods, die ich euch gezeigt habe. Und jetzt, also, wenn ihr noch andere habt, das ist jetzt immer nur mein persönliches Empfinden, was ich euch hier vorstelle. Vielleicht lasse ich auch irgendwas weg, wo ihr sagt, ey, ist ja bescheuert, weil das ist ja unverzichtbar, muss ich ihm sagen. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich würde das gerne wissen. Und ich kenne auch nicht alle Mods. Das sind so die, die ich präferiere. Vielleicht habt ihr ganz andere oder vielleicht habt ihr noch tolle gefunden, die ich noch gar nicht kenne. Das würde mich echt interessieren, also gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit er weiter wächst und aktiviert die Glocke. Schaut gerne in meine Livestreams rein. Da wird viel mehr Wahlheim-Content kommen, auf jeden Fall. Ich bin ja gerade an meiner Serie dran, komplett ohne Mods, hab komplett neu angefangen, hab jetzt den zweiten Boss gelegt. Aktuell, heute ist der achte, siebte und da kommt noch viel, viel mehr. Also, und wir fangen wieder mit dem Server an. Das steht fest. Also, wir haben uns jetzt mit ein paar Leuten auf dem Discord schon mal kurz geschlossen, dass wir den Server neu starten. Wir werden die aktuelle Welt, die wir bespielt haben, speichern und werden nochmal komplett neu anfangen mit Mods. Also, das wird richtig, richtig fett. Demnächst auf diesem Kanal und auf Twitch. Und, ja, schaut gerne auch auf dem Discord vorbei, ja. Discord Onkel Eifel, den findet ihr. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht Liebe. Ciao, ciao. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020